damit greift natürlich direkt ins nächste gebiet ein aber das würde ich schon gerne machen und er gesagt ist übernächste gebiet erst schimären schwer zerbrochen schön kiste entriegelt wir werden alle 120 schreine machen das verspreche ich euch und ich werde auch alle crocs suchen du bist halt nur über 20 euro fürs lösungsbuch her aber ich denke mal das wie gesagt lässt sich echt nicht umgehen ohne lösungsbuch geht das nicht hilfe bienen oh gott ich sehe den schrein ist da der schrein meint ihr es ernst ist da der schrein da vorne wir werden es herausfinden das wäre sehr bescheuert aber wie schön das aussieht das gebiet mit diesem sandstein erst mal durchatmen genau ja ich bin mir noch nicht so sicher ob da wirklich der schrein drin ist ja ich bin mir noch nicht so sicher ob da wirklich der schrein drin ist oh die musik des gebietes oh gott hört ihr das oh manora schreien aber das gebiet hier ist wie gesagt ein sehr 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 grober vorgriff hier wollen wir eigentlich noch gar nicht hin und rein da was mir wirklich in der seele weh tut ist dass wir dieses ocarina of time outfit nicht haben ich finde das richtig schön das ist mein lieblingsoutfit wirklich ok ich grüße dich pilger mein name ist manora du hast die prüfung bestanden ja gut den schrein zu finden war aber jetzt relativ einfach oder manoras schrein oder segen was haben wir hier silberner rubin den schrein zu fit fand ich jetzt echt einfach das war kein problem du hast die prüfung gemeistert wobei man sagen muss wenn man jetzt von oben gekommen wäre dann wäre ich da im leben nicht drauf gekommen wenn ich jetzt von oben gekommen wäre und der Pile hätte gesagt geradeaus zurück geradeaus zurück ich glaube ich hätte nicht daran gedacht dass man von der seite her von der klippe aus da reinkommt das ist ja theoretisch gesehen schon echt gemeines versteck hier wird es mein dienst erfüllt möge die göttin hülya dabei stehen tief im wald soll es einen geist in form eines leuchtenden hasen geben ihm mit einem Pfeil zu treffen soll er angeblich glück bringen ja mit glück ist hier natürlich gemeint dass er rubine verliert die richtige traurige musik schnell weg hier ok schön schön äh sollen wir da vielleicht die das fass gegenwerfen oder sowas weil oben dieses sprengfass drauf war ich habe keine ahnung die kreis sind alle wieder da auch nicht schlecht äh 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 so äh ähm südöstlich dann würde ich jetzt gerne mal hier Richtung Südosten reiten und versuchen irgendwie diesen Blick auf Schloss Hyrule zu erhalten den wir eben auf dem Foto sehen können macht ja schon Sinn dass es irgendwo hier ist äh 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 stopp halloo Batek sieht auch gut aus wenn du was über Schloss Hyrule wissen willst hast du mit mir aufs falsche Pferd gesetzt Pferd ist das Stichwort hier mit denen kann ich mich kenne ich mich aus nicht mit Schlössern hast du es erst hast du erstmal ein Pferd gezähmt wird es praktisch ein Familienmitglied eins mit vier Hufen du kannst deinen neuen Gefährten in einem Stall registrieren und so bleibt er für immer an deiner Seite hast du ein Wildpferd gezähmt wird es zu deiner Familie einmal im Stall registriert verlässt es dich nie wieder danke nein der Schild der war 對 nee nee danke aus haben das feature das die Per Parasegel aufs Pferd, das können wir sogar. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Ja, ja. So, jetzt müssen wir hier. Ist das nicht hier? Was ist doch hier? Hä? Da, da ist es. Perfekt. Okay Leute, die nächste Erinnerung. Ich freue mich schon. Boah, wie schön die Aussicht hier ist, oder? Schloss Hyrule. Ganon, wir werden kommen. Dann. 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 Guck hier. Und hier noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier. Vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Hey, guck mal hier. Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung. Und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los. Ist schon. Was? 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 Okay, Zelda ist gerade um 100% sympathischer geworden. Such's Kaninchen, Link. Hey, komm. Nöööö. Und gerade so ein läste Cake Rock sagen. Hey, du hast mich entdeckt, obwohl die Erinnerung dich eigentlich ablenken sollte. Tschüssi, du Streber. Was? Boah, Mensch. Ja, weißt du? Wenn der Dekobaum hier wäre, ne? Dann wärst du nicht so frech. Unglaublich. Ein bisschen Freiraum, wisst ihr, und direkt werden die unverschämt. Darf nicht wahr sein. Oh, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen eigentlich jetzt nach hier oben. Ne? Oder? Hab ich gesagt, das, dann das? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen wollte. Wollte ich erst das Gebiet hier und dann das Gebiet hier oder erst das Gebiet hier? Ist euch wahrscheinlich auch relativ egal, oder? Aber jetzt war es schon ein großer Unterschied. Das ist kein Blutmond. Ich würde schon jetzt gerne zu diesem nördlicheren Gebiet gehen. Und dann vom Norden her nach Süden gehen. Also nachher dann jetzt hier wirklich. Hier. Hier. Zumal wir ja schon halb im Gebiet gewesen sind. Ich glaube, ich wollte erst das Gebiet links machen, aber dann machen wir es doch nicht. Weil hier bietet es sich ja perfekt an, aber wir sind jetzt nur mal einmal hier in der Ecke. Darum dann zurücklaufen. Ach, und übrigens. Also, man kann es ja ruhig erzählen. Ich meine, ich bin bekloppt. Ihr seid vielleicht auch bekloppt. Der Krog, der sich da versteckt, ist auch bekloppt. Und, äh, ja, also, ne. Ich habe in der Fachhochschule nichts anderes zu tun, als die Augen nach Amigos offen zu halten. Und ob ihr es glaubt oder nicht... Was ist das denn jetzt? Das soll ein Scherz sein, oder? Und, äh, ich weiß nicht warum, aber ganz, ganz kurz waren im Online-Shop von einem großen Elektroanbieter, der nicht, äh, mit Rot wirbt, sondern mit Orange. Oder ganz kurz war eben bei ihm. Die Zelda Smash Bros. Amiibo. Verfügbar. Die de facto überall ausverkauft ist. Und da habe ich nicht lange gezögert und mir die direkt bestellt. Perfekt. Hey, du hast mich entdeckt und theoretisch gesehen total viele Pfeile verschwendet. Naja, ich hoffe, mein Krogsam ist es wert. Ja, ist er. Danke. Was ist das für ein Leuchten da hinten? Was ist das? Es ist jetzt verdammt nah. Okay, so. Ne, also wie gesagt, dann habe ich mir eben diese Amiibo auch bestellt, weil irgendwie ich jetzt alle haben will. Oh, und wisst ihr, was ich gesehen habe? Bei Ebay, man kann es euch sagen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber vielleicht wollte Google mich quälen, ich habe keine Ahnung. Es gibt ja echt böse Menschen auf der Welt. Neune. Ist das jetzt schon wieder? Sieht so cool aus. Neun sind richtig cool. Auf jeden Fall war da halt, ähm, na, bei, ich weiß nicht, ich glaube, es war bei Google unten so, als ich, ähm, Amiibo Zelda eingegeben habe. Ähm, der Ocarina of Time Link. Da habe ich da drauf geklickt. Und das war, glaube ich, ein Angebot, lasst mich nicht lügen, vom Ende, beendet am 4. März, ich glaube 16 von 16 verkauft, der Ocarina of Time Link. 1999, kostenloser Versand. Der wird aktuell mit um die 100 Euro gehandelt. Und damals 1999, kostenloser Versand. Da war Zelda ja noch nicht draußen. Da war der ganze Hype um die ganze Auslustungsfähigkeit noch nicht losgebrochen. Heute, wie gesagt, 100 Euro. Ich will ihn haben, aber ich bezahle im Leben kein 100 Euro. Ich bin zwar bekloppt, aber... Wobei, nein. Wobei, nein, ich... Nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Nein, wirklich jetzt. Ohne Spaß. Ich bin echt bekloppt. Ich schmeiße auch Geld für ziemlich viel Zeug raus, was nicht sein muss. Man sieht nur meine Regale an. Aber... Unsere Regale an. Aber es ist... Das ist halt die Grenze. Weil da habe ich halt das große Problem. Ich weiß ja, dass dann irgendjemand... Der sich so denkt, yo, kaufst du mal den Laden leer? Da kommt bestimmt ein Hype. Und der macht jetzt richtig Gewinn dadurch. Und das ist halt das, was mich dann extrem stört. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Und warum es hier alles so aussieht. Was ist das? Hä? Ich weiß nicht, was das hier darstellen soll. Ja, wie gesagt. Ich habe halt da die Probleme, grundsätzlich für eine schöne Sammelfigur 100 Euro zu bezahlen, wenn sie schön aussieht. Oder für eine Collectors Edition 150 Euro zu bezahlen, wenn sie schön aussieht. Und das Spiel auch noch gut ist. Ich bin ja zu vielem bereit, aber zu sagen... Krok. Aber zu sagen, ich bezahle jetzt an eine Privatperson, die sich, um Profit zu machen, auf Vorrat viel gekauft hat, bezahle ich jetzt 100 Euro, die er als Gewinn einsteckt. Das ist dann so eine Sache, die finde ich nicht in Ordnung. Zumal das Thema hatte ich ja schon mal. Es genug Leute gibt, die sich die Sachen kaufen, sich ein Schwein dafür interessieren. Und dann nur denken, yo, ich klinge Schweine. Und die sich dann denken, yo, Hauptsache Profit. Ist es halt in dem Maße dann echt eklig. Aber Thema hatten wir ja schon mal. Naja, grundsätzlich, ne, es kommt hier auch bald eine wunderschöne Breath of the Wild Link-Figur raus, Statue raus, ich glaube, 20 Zentimeter groß, 30 Zentimeter groß. Auch da war ich der Letzte, der abgeneigt wäre, diese vorzubestellen. Aber, an Privatpersonen, ne. Was ist das hier? Vergessener Tempel. Der ist unter uns. Ach so, das ist die ganze Anlage von oben hier. Okay. Ich wundere gerade eigentlich viel mehr, dass wir... Diesen Krockstein, ich finde, der wird hier jetzt nicht mehr sein, das ist mir klar, aber... Nur der Vollständigkeit sei. Aber bevor ich dann doch zurücklaufen muss, wer dann doch hier irgendwo rumliegt, brauche ich lieber nochmal. Ah, wie gern hätte ich mir vor... ...eineinhalb Monaten die Amiibo für 20 Euro gekauft, wenn ich das alles gewusst hätte. Damals kam halt dann Zelda raus, äh, dann hab ich zu meiner Freundin gesagt, yo, guck mal hier, Zelda, ne. Ich Switch, Pro Controller, Zelda Limited Edition, du, äh, Mutter, haha, Fragen, Switch und Zelda, unternehmen Joy-Con-Controller erstmal. Ja, guck mal, Amiibos, ja, sollen wir da zunehmen? Ja, klar, warum nicht? Jeder eine. Ich Link, sie, äh, sie Zelda. So, fertig. Da deckt man nicht drüber nach. Aber was da jetzt wirklich los ist mit den ganzen Amiibos, das ist echt der Wahnsinn. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich alle vorbestellt. Aber eben nicht, um die zu verkaufen, sondern sie stehen hinter mir im Regal und sie gefallen mir. Ich bin froh, sie zu haben. Aber aktuell explodieren ja die Preise für die Zelda-Amiibos, das ist echt der Wahnsinn. Habe ich mir da jetzt überlegt, wenn der, wenn ihr 5 Stück habt und ihr verkauft jede für 90 Euro und ihr habt dafür wirklich 13 Euro bezahlt, dann macht ihr pro Amiibo ca. 70 Euro plus mal 10. Habt ihr 700 Euro plus, bedrückt 70 Euro Gebühren ab, habt ihr 6 oder 30 Euro Gewinn gemacht. Dafür, dass ihr 10 Amiibo-Figuren 2 Monate lang habt rumliegen lassen. 600 Euro Gewinn. Das verdienen manche Leute im Monat. Also, es ist wirklich eklig. Da ist der Stein doch schon so doof. Ui, du hast mich entdeckt. Zu viel. Ich hab so ein Gefühl. Ist über uns der Drache. Ich hab so ein Gefühl. Lass mich raten, hier unten drunter ist die Quelle der Macht. Ja. Und der fliegt jetzt hier drüber und hier drunter ist die. Und da müssen wir dann die Schuppe reinlegen, oder? Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Letzte, der nicht gerne irgendwelche Sammelgegenstände kauft, aber da ist dann irgendwann auch die Grenze. Ich liebe auch Merch generell. Meinetwegen Schwerter. Echte Stahlschwerter. Oder Lichtschwerter. Oder... Ketten von Hexern. Also da gibt es bei mir eigentlich keine Grenzen, aber ich lasse mich nur sehr, sehr ungern abzocken. Wahrscheinlich, weil ich selber eher jemand bin, der abzocken würde. Immer groß reden, aber selber wahrscheinlich machen. Ich hab keine Ahnung. Man kommt ja nicht in die Situation. Aber wenn ihr jetzt wirklich... Keine Ahnung. Man, das ist ja doch verlockt. Wenn ihr jetzt irgendwo die Amiibos fliegen sehen würdet, für 10 Euro, und ihr wisst, yo, die kann ich für 500... Oh, für 500. Entschuldigung. Für 80 Euro verkaufen. Denkt ihr euch dann, yo, ich lasse die liegen für den nächsten Glücklichen, der sie findet? Oder denkt ihr euch, yo, ich nehm drei mit und verkaufe zwei? Oder gar alle drei, weil mir selber vollkommen egal ist. Der Eingang ist hier oben. Okay. Der Eingang ist... Natürlich ist der ein Krog. Hey, du hast mich entdeckt und hast gedacht, hier wäre der Eingang, du Idiot. Also irgendwann, ne? Aus Mobbinggründen mach ich die nicht mehr auf, die Krogs. Dann reicht's mir. So. Das ist mein Tempel. Zelda ist das perfekte Beispiel dafür, warum ich eine größere Festplatte brauche. Ich würde so gerne zehn Stunden am Stück aufnehmen. Einfach mal so einen Sonntag hinsetzen und sagen, yo, Zelda, Zelda, Zelda. Was? 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 Wart auf! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hört auf! Hört auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Flieg! Oh! 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 Was war das denn? Rona Kater schreien! Ja, aber sowas von. Eine riesige Statue der Göttin. Können wir hier beten? Ähm, ja. Ich nehm's zwei Herzen. Boah, war das gemein. Also der Tempel wird aber definitiv nur, äh, du hast es bestanden sein. Also ansonsten wäre es unfair. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir jetzt schon in die zweite Reihe gehen. Das kann gut sein. Ne. Boah, haben wir viele Herzen, Leute. Seht's euch an. Also das war mal eine Feuerprobe. Ein Spießrutenlauf. Vergessener Tempel. Nicht schlecht. Okay. Ja, am besten laufe wir dann nochmal vom Stall aus los beim nächsten Mal. Ich denke mal, das ist am besten. Weil hier rauszukommen... Oh! 61 Schreine. Oder jetzt 62. Damit haben wir mehr als die Hälfte. Ja, also wie gesagt, dass der jetzt schon abgeschlossen ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Rona Kata. Du hast die Prüfung wahrlich gemeistert und bestanden. Feuergroßschwert. Nehmen wir mit. Das Beste aber hier... Ein Zeichen der Bewährung. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen, den Wächtern zu entkommen und nicht gebraten zu werden. Du bist der auserwählte Held. Ich verleihe dir daher ein Zeichen der Bewährung. Haben wir uns verdient, wenn ich das mal so pauschal behaupten darf. La! Mein Dietz ist hiermit erfüllt. Möge die Götter Hülya dir beistehen. Entschuldigung. Muss ich grad gähnen. Ich hab nämlich jetzt noch echt anstrengende Wochen. Ich komm jetzt nur noch abends zum Aufnehmen und morgens früh aufstehen um 5.15 Uhr. 5.10 Uhr sogar. Das ist alles nicht so schön. Aber ohne Spaß. Es gibt nichts Schöneres, als am Abend Zelda zu spät. 203 Koks haben wir. So. Äh, ja. Also hier jetzt rauszugehen, wäre nahezu Selbstmord. Wir gehen jetzt hier hin zum Monja-Thomaschrein, wäre von hier aus dann zum Stall, fliegen und dort dann beim nächsten Mal weitermachen. Bis zu Epona können wir ja laufen, das kleine Stückchen. Zielen. Bei der Verwendung beschimpter Module und deines Bogens kannst du auch zielen, indem du dein Gamepad oder deinen Controller neigst. Achte beim Spielen auf deine Umgebung. Hä? Meinen die den Mann, der im Bus neben mir sitzt, oder was? Monja-Thomaschrein. Haben wir aber wieder viel geschafft in der Hinein, oder? Klar, wir haben keinen Titanen besiegt. Ghanon ist immer noch im Schloss Hyrule. Zelda muss sich immer noch gedulden, bis wir kommen. Wir haben aber mehr Herzen bekommen, zwei Stück. Mehr Zeichen der Bewährung. Wir haben vor allen Dingen sehr, sehr viel entdeckt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Hey, du hast mich entdeckt, obwohl das total unfair war, wo ich versteckt war. Ah, oh Mann. Der Baumstern lag da zu auffällig. Wirklich, ich brauchst den Bogen schön. Der passt perfekt zum Master Sword. Ja, ach, genau. Ganz kurz jetzt, bevor wir aufhören. Wie gesagt, Zelda Amiibo bestellt, Zelda Smash Amiibo, und durch sie bekommt man einen wunderschönen Bogen. Einen wunderschönen Bogen. Nee, 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 nee. Wirklich wunderschön. Glaub mir. Werdet ihr dann alles sehen. Es ist ergeblich heute schon verschickt. Also, der Online-Händler, der Medienhändler mit dem orangenen Logo, Jupiter, wisst ihr? Nee. Wie gesagt, heute direkt verschickt. Und, sowohl im Ebay-Shop, als auch auf der Website selber, war es wenige Stunden später direkt wieder ausverkauft. Also, die Amiibo-Figuren. Es ist echt der Wahnsinn, was da in die Nachfrage steigt. Und vor allen Dingen scheine ich nicht der Einzige zu sein, der sich einfach so mal tagsüber denkt, yo, guck's mal nach, ob die jetzt da ist. Und sie war dann tatsächlich da. Naja, aber ich finde halt, es lohnt sich. Die Figuren sind schön, die Funktion ist schön und die Idee dahinter. Allein die Idee zu unterstützen, finde ich super. Dass endlich mein Entwickler gesagt hat, ja, okay, wir machen Sammelgegenstände, aber man hat auch was davon. Diese Idee, ich finde die grandios. Ja, beim nächsten Mal geht's dann da hin. Oder? Nee, da hin. Doch, da hin. Tatsächlich. Da hin. Ja, Epona hört generell nicht so gut, wie's aussieht. So weit wechseln wir nicht mehr. Das Gewitter, ne? Ach, Epona, du treue Stute. So. Okay, dann würde ich sagen, warte, stopp. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter, wie gesagt, mit dem nächsten Gebiet. Und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Es sah ja schon sehr, sehr kalt aus, wir werden auch wieder einen Berg haben und wieder ein neues Labyrinth, glaube ich. Ich freu mich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Legend of Zelda, Brave of the Wild und bis zum nächsten Mal. Und wünschen dir Glück und Erfolg bei der Corrine of Time. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.